Warte, ich muss ja eben Erde holen. Ja, Mann, was hat... Alter. Es ist nur Chaos, der Nuller Himmel macht. Es ist ja nur Chaos. So, wie weit bin ich denn jetzt? Wir werden gleich so viel Erde haben. Oh, bin ich vielleicht schon viel zu weit? Ich hoffe nicht. Das wäre eine unheimliche Steilverschwendung. Und hier ungefähr... Äh... Ne. Ja, ich... Oh, du bist ja eigentlich ziemlich genau getroffen. Ich bin ein Genie. Naja, mhm, mhm. Also, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Jetzt überschreit mal nicht. Na gut, ich unterschreibe. Ich fühle mich hier ganz geschmeichelt. Uh, er hat gesagt, dass er... Dass er nicht begrenzte Möglichkeiten hat. Aber er mag mich, glaube ich. Er hat eine schlimme Befürchtung, die sich hoffentlich nicht bestätigen wird. Die wäre... Die Wasseroberfläche ist zu niedrig. Hmm. Wenn du nicht höher gegangen bist, kann die nicht zu niedrig sein. Ja, trotzdem. Der oberste Glasblock wird einen Block unter der Wasseroberfläche sein. Das ist doch normal. Das sieht ziemlich albern aus. Egal. Egal, wen kümmert albernheit. Hauptsache, was sieht geil aus. Was es nicht tut. Oh Gott, das... Das größte Problem ist ja gar nicht mal das U-Bahn. Also, die Städte strecken bauen. Aber den ganzen Kram hier trocken zu legen. Das kenne ich. Ja, nur das ist bei mir noch viel größere Maßnahme. Ich hab mal eine Wasserbasis gebaut. Oh, das war nervig. Weißt du, da wäre es fast schon praktischer, die Basis erst zu bauen, und dann Wasser drüber zu kippen. Ist halt ein Meer. Ja. Dann musst du dir selbst ein Meer machen. Das geht garantiert schneller als die ganze Scheiße drauf. Ich hab mir einfach schwemme geschütet. 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 Warum gibt es da eigentlich nicht im Freihandspiel? Warum... Nee. Wo wollen die mit den schönen Sagen? Ja, keine Ahnung, unter Wasser. Dann ist ja kein Wasser um die rum. Ja, vielleicht kann man ja erst mal so Schwamm pflanzen. Die wachsen da unten und dann... macht man die irgendwie... durchs Irgendwelches Kraften... Kraften zu schweben, oder so. Mein, ich weiß nicht. Die soll sich mal was einfallen lassen, die sind doch sonst so kreativ. Genau, Pferde, kreativ. Ja, das hab ich ja vorhin gesagt. Die Schweine waren wenigstens, was originell ist. So viel Erde einfach nur. Ich hab so viel Gas verspendet. So abartig viel Erde, was ich hier rauskriege. Erde wegbringe. Ich bin wieder voll. Natürlich, wie immer. Ich hab die Befürchtung, dass ich gleich verdursten bin. Oh Mann, ich wär's mir die abgewöhnen können. Ich muss gleich mal herkommen, wenn wir uns auch noch ein Wenden tun. Aber wir nehmen heute nicht so lange auf. Dann komm ich lieber hier sofort. Dann lass ich jetzt mal alles stehen und liegen halb fertig und so, aber... Ich wundere eben die Erde runter in Lagerraum. In Lagerraum. In Lagerraum? Zum Mithelfen. Mach ich sogar nächste Woche meine Arbeitsklaven und kann da alles... Äh, nächstes Mal meine Arbeitsklaven und kann da alles schön trockenlegen, während ich mich um den Bau der anderen U-Bahn-Station kümmer. Wieso ist hier hinten eine Kuh? Ach, ich lasse das hier drinstehen. Über eine Hauskuh. Julian mag es doch sicher, mein Sklaven zu sein. Wer will das nicht? Ähm. Okay, das war jetzt ein bisschen blöd. Ja, du ähm. Ja, du däm. Ach, das passt zur Kuh. Ich mag zwei, es gibt nur zwei Buchstaben, die mag ich ganz doll. Weißt du, welche das sein können? Ich will gar nicht wissen, welche es sind. Also, es gibt ja so, ähm, E's und, mhm, also. So, könnte sich vielleicht auf das beziehen, was du gerade gesagt hast und so. Also, ich dachte jetzt so. Wie? Es und, mhm, lecker. Mhm, was? Ah, egal. Dann sag dich so eine Scheiße, dann brauchst du auch keine verschlüsselten Antworten. Ich verstehe gerade nicht, was du willst, ist aber egal. Es, ähm. Stock, steif. Oh Gott, ja, dann sag doch nicht so eine Scheiße, dann muss ich dir auch keine Scheiße annehmen. Wie kommst du denn da rauf? Ja, weil du gerade gesagt hast, weil ich gerade gesagt habe, ja, Julian mag es mein Sklave zu sein, dann sagst du, ja, aber er mag das nicht. Oh Gott. Ich meine, was willst du mir damit sagen? Nee, das wollte ich aber nicht. Ja, natürlich wolltest du das nicht. Gott. Kränkes Schwein. Du, du, du kommst doch jetzt da drauf. Ja. Ja. Doch. Du hast es irgendwann gesagt. So, ich lerne mal eben aus. Wieso muss ich auslernen? Weil mein Inventar voll ist. Achso, ich pack ihm den Diamanten wieder weg. Und brauche ich ihn nicht. Das sieht ja aus wie ein Ostfriesland. In Norddeutschland. Jo. 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 Jo, homo. Äh, nee, ne, homo, war das. Nee, weil... Das ist heute irgendwie alles so ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen, ne? Immerhin hatten wir heute Spanisch, ne? Werden heute noch ganz andere Sachen. Zum Beispiel... Ich will gar nicht mehr dran denken. Also diese Arbeit, die war schon... Äh, 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 äh. Oh, jetzt zum Kram. Letztung, 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 letztung. Wenn diese Folge ausgestrahlt, äh, wenn diese Folge rauskommen, dann haben wir die wahrscheinlich noch nicht mal wieder. Oder vielleicht schon. Oder ich weiß nicht, wann müsste die heute denn rauskommen? Also... Das ist Donnerstag, die muss ja am Wochenende halt nicht kommen. Ja. Wo ist Glas? Das ist allerlei. Sieht auch gut aus. Feuerstamm packt mich auch mit rein, das Glas auch. Glas hätte ich mehr als genug. Die Kuh treibt mich gerade an. Nee. Das ist so stumpf, Alter. So, jetzt komm her. Ich bin hier, äh. Da, da bist du. Ach, ich sehe dich. Ja, da bist du. Ah, mhm. Hallo, hallo, wie geht's? Beef, 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 beef. Hätt ich mal mit dir mal einen Schwerd behalten. Ja, du haben, ne? Ja, du haben, ne? Ja, du haben, ne? Und so. Du Pflaume. Du Pflaume, komm hier hoch. Ich bin der Beste, du bist nicht. Ich bin der Beste, du bist nicht. Ich bin der Beste, du bist nicht. Ich hab vergessen zu sprengen. Du bist voll böse, weißt du das eigentlich? Du Pflaume, nein, nein, nein. Du hast gerade Juli ins Haus angezündet. Ich weiß, dass ich dir an, Entschuldigung. So, warte. Und jetzt bin ich schon wieder rum. Relax. Ich wollte gerade sagen, willkommen zurück. Oh Gott. Also, bis zur nächsten Folge. Und let's play Minecraft together. Weißt du das auch? Nein. Den Hund, der am Knurren ist? Nein. Seid froh, ziemlich schön. Seid einfach leise und genieß den Tod. Welchen Tod? Ach sein Herz. Deine Mutter! Hey Leute. Und wir kommen zu... Let's play Minecraft, wie gesagt. Schlag den Julian da runter! Nein. Hör auf damit. Du hast die ganze Zeit eben schon geschlagen. Hör auf. Nein. Nein. Auch nichts. Die Minimap kommt weg. Gut. Wir haben eben schon einen Wolf entdeckt. Den hol ich mir mal ganz... Schnell. Julian hat Knochen. Er hebt Knochen. Das war... Ich breche mal eben ein und hol mir Knochen. Nein, da hab ich keine Knochen, glaub ich. Knochen. Ich hab jetzt schon. Ich hab jetzt schon. Jetzt hab ich's nicht schon. So, okay, das ist nicht dabei, weil... Ich muss immer hier sagen, der ist da ist dabei, der ist nicht dabei, der ist nicht dabei. Der ist nicht dabei. Friss die Scheiße. Leute. Ich hab die Knochen. Ich hab die Knochen und der greift mich an, ne. Ja. Ach, ja. Ja, das ist schön. Ja. Was ist das? Äh. auf jeden fall ist das denn nicht dabei weil ich habe ihn zwar angeweilt weil jetzt kommt ne weil es ist obst im haus weil ich habe ihn zwar angeschrieben aber ja irgendwie kommt er nicht online ist das einfach auf dich wie ist hier eine kuh drin ich habe keine ahnung das ist ja auch schon was ist da los Julian Afga alter Hund tötet sich gerade hey hey ich störe nein lass ihn ein Junge tja das ist Verteidigung ich gebe dir das ist Verteidigung das ist meine Hunde auch wo warst du wenn die mich angreifen ja dann lass dich angreifen hat sich deine Mutter gelitten oder du oder alle haben gelitten bei dir ich bin in den Rücken gelaufen tut mir leid ich wollte dir nicht in den Rücken fallen ich merkte das schon ja ich merkte das wieder ne ja ernten in der Zeit vorzumachen so er ich will mir mal eben hier erde weg machen und so wo bist du dann wieder für du bist zu leise muss lauter reden ja lass mich halt nein ich bin über die beiden ein Junge ich bin mal zu dir Junge nein ich habe ich habe kein Kies mehr du bist so ein Schmacken du bist so unterentwickelt das ist es sicher du bist hässlich das ist halt Junge lass mal den Weg in Ruhe ich will es reparieren als er dazu kommt erhältst du das macht ruckel ruckel wie viele Creeper sind hier meine ja das nicht doch ja ich bin ich ich bin ich hier stimmt oh scheiße es ist doch von gegensatz zu hier oh gott da ist noch eine nein 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 das ist ein Problem das ist ein Problem ist mein PC alles blöd ich höre nichts denn noch ich kann das ist blöd in der PC hängt eben hast du mir erzählt ja ich habe große Terabyte Testplatte und ja ja externe halt ne ja warum kauft sie sich intern warum sollte ich ja viel geschenkt ich beobachte mal gerade wie ich das Geld ich versuche dich abzuschießen aber du bist irgendwie nicht im spiel deswegen kannst du nicht abschießen tja ich is halt Gottmode weißt du das sieht zu geil aus wer gewinnt das ist doch scheiße Julian Julian aber irgendwie zerlegt es gerade alles bei uns hallo was soll denn die scheiße wie sagt die Playlist denn ich so warte mal warte mal warte mal äh ein Problem mit der Verbindung Gruppe anrufen wie die Musik auch immer ausgeblendet wird das nervt das ist so eine geile Aufnahme so geil gut äh hm ähm ich bräuchte einen zweiten Bildschirm es wäre besser ach weiß ich nehme es erstmal auf wenn er wieder da ist lullern wenn er wieder da ist kann er mich wieder anrufen so äh ich gehe mal im schlafen komm ich bin allein jetzt kann ich eben schlafen gehen das ist bescheuert mit diesen Mops Mops ey also so unglaublich wie viele Löcher haben die Leute schon jetzt da reingehauen ey das war richtig schön ja mit Mühe ich hab richtig schön mit Mühe daran gearbeitet was passiert die Scheiße mit der ganze Hütte wieder voll ähm das ist doch bescheuert ey wie für mich das Ausmaß der Katastrophe oh oh Alter Alter ich hab den nicht gesehen ich hab gar nicht auf den Bildschirm geguckt mach keine Sachen ey mach keine Sachen Junge verarsch mich nicht verarsch mich nicht oh 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 scheiße warte ich muss ja eben die Erde holen ach Alter es ist nur Chaos wenn Julia hier mitmacht es ist ja nur Chaos mitnä pela halen äh 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 ä Bis zum nächsten Mal.